Es gibt das Krankheitsbild des Gaumensegel-Tremors. Das ist letztlich auch wieder ein Muskelzucken des Gaumensegels und da die Muskulatur des Gaumensegels für die Tubenöffnung zuständig ist, also für die Öffnung dieses Verbindungswegs zwischen Nase und Ohr, kann das zu klackenden, knackenden, klickenden Geräuschen im Ohr führen. Also jeder hat so ein bisschen seine eigene Nomenklatur dafür und dieser Gaumensegel-Tremor, der tritt typischerweise auch spontan auf, auch unabhängig vom Schlucken und den kann man sehr leicht selbst diagnostizieren, als Patient auch. Das heißt, Sie gucken in den Spiegel, machen den Mund auf und wenn Sie hinten Ihr Zäpfchen, sozusagen Ihr Gaumensegel-Rauf- und Runtergehen sehen und dabei macht es gleichzeitig Klick in Ihrem Ohr, dann wissen Sie, dass Sie ein Gaumensegel-Tremor haben. Es gibt auch Patienten, die dieses Klicken als unangenehm laut beim Schlucken empfinden. Da muss man dann wieder als Differenzialdiagnose über eine klaffende Tube nachdenken, aber der klassische Gaumensegel-Tremor äußert sich einfach dadurch, dass man in den Mund schaut und die Patienten selber schon beobachten können, dass das Gaumensegel zuckt. Und wenn es dabei gleichzeitig das Geräusch im Ohr gibt, was den Patienten dann in der Regel quält, weil das Zucken selber macht den Patienten nichts aus, sondern die Patienten wiederum haben ihren Leidensdruck durch das Geräusch, das daraus resultiert im Ohr, dann ist die Diagnose schon gesichert. Heißt, dank meiner Videos, die ich auf meiner Homepage habe und dem Text, kommen die Patienten häufig schon an sich selbst diagnostiziert. Und das Schöne am Kaumensegel-Tremor ist, im Gegensatz zum Beispiel zum Myoklonus im Bereich des Mittelohrs, dass Sie an diese Muskeln sehr gut rankommen. Also man kann diesen Muskel dann mit Botox behandeln, also Botulinumtoxin. Das ist ein Gift oder auch ein Medikament, was Muskeln lähmen kann. Und da gibt es dann bestimmte Einstichstellen, links und rechts am Zäpfchen, etwas oberhalb in der Muskulatur und dann nochmal in Richtung Außen, in Richtung Lateral, also Richtung der Eustachischen Röhre. Und wenn Sie da eine gewisse Menge Botulinumtoxin einspritzen, dann wird diese Muskulatur geschwächt. Und wenn Sie richtig viel Botox einspritzen, dann wird die auch gelenkt. Und dummerweise brauchen wir das Kaumensegel natürlich auch. Und wenn wir da zu viel einspritzen, kriegen die Patienten Schluckbeschwerden, eine näselnde Sprache, können im schlimmsten Fall den Speichel nicht wegschlucken. Also wir können das Kaumensegel, sage ich mal, mit Botox nicht so platt machen, wie man das zum Beispiel im ästhetischen Bereich kennt. Dass jemand, sage ich mal, seine Falten an der Stirn wegspritzen lässt. Das resultiert dann zwar darin, dass er keine Mimik mehr hat im schlimmsten Fall, also dass quasi die Stirn sich nicht mehr bewegt beim Sprechen. Aber dann ist das nicht gefährlich. Aber das Kaumensegel können wir nicht so platt machen. Das heißt, wir müssen eine Dosierung finden, die zum einen diese übertriebene Tubenöffnung reduziert und zum anderen die Funktion gewährleistet. Das machen wir, indem wir uns da rantasten und das Problem im Botox ist, dass das Botox nicht sofort wirkt, sondern dass das mindestens zwei Tage dauert, bis die erste Wirkung vorhanden ist. Und bis zu 14 Tage dauern kann, bis die Maximalwirkung da ist. In der Regel sagen die Patienten nach zwei bis drei Tagen, dass schon die Wirkung und auch die Nebenwirkung da ist. Und dann muss man sich erstmal anschauen, wie viele Nebenwirkungen haben die, wie gut wirkt. Und spritzt sich gegebenenfalls nach noch mal einer Woche oder zwei Wochen noch mal was nach, um die Wirkung zu verstärken. Beim Nachspritzen hat man aber auch in der Regel deutlich mehr Nebenwirkungen, sodass man dann gemeinsam letztlich wieder schauen muss, wie hoch ist der Leidensdruck des Patienten, ob man das wirklich mag. Und die Wirkung des Botox, die lässt ja nach einer Weile wieder nach. Das kennt man auch aus dem ästhetischen Bereich, dass man das dann immer wieder machen muss. Und im Bereich des Gaumenssägel-Tremors kann man so von drei bis sechs Monaten Wirktdauer sprechen in der Regel. Also man spritzt dieses Botox, was sehr unkompliziert ist, weil sie ans Gaumensägel gut rankommen. Aber so müssen das eben alle drei bis sechs Monate wiederholen. Es kann sein, dass die Nebenwirkungen nicht in einem gesunden Verhältnis zum Wirkungsgrad sind. Also dass ich zum Beispiel so stark das Gaumensägel durch das Botox lähmen muss, dass der Patient eigentlich mehr Nebenwirkungen hat, als das Klicken im Ohr beim Schlucken oder das spontane Klicken im Ohr stört. Und dann kann man die Therapie nicht durchführen. Also ich sage mal, ich triggere mich an diese Grenze heran, spritze meine maximal 20 Botox-Einheiten, wenn es beidseitig vorliegt, ein. Der Patient schlagt ein paar Tage über Schluckbeschwerden. Das Klicken im Ohr wird deutlich weniger. Er sagt, das ist für mich gut. Und dann habe ich einen Patienten, der gut auch Botox anspricht. Und dann kann es aber sein, dass ich einen Patienten habe, der massive Schluckbeschwerden hat. Und sagt aber, das Klicken im Ohr ist immer noch vorhanden. Oder wir geben eine zweite Dosis. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass jemand drei, vier, fünf Wochen lang Schluckbeschwerden hatte. Und dann ist es vielleicht unverhältnismäßig, so viele Schluckbeschwerden in Kauf zu nehmen, um das Klicken im Ohr loszuwerden. Oder im schlimmsten Fall ist, er hat nur Nebenwirkungen und es reduziert das Klicken nicht signifikant im Ohr. Kann auch passieren. Und wenn also die Nebenwirkungen nicht im gesunden Verhältnis zum Wirkungsgrad stehen, dann ist die nächste Alternative, dass man letztlich das Ganze therapiert wie eine klaffende Tube. Weil häufig steckt ein bisschen klaffende Tube mit dahinter. Wenn die Tube schon sehr weit ist und dann die Muskelzuckung kommt und die Tube weiter öffnet, dann kommt es eigentlich erst zu diesen starken Beeinträchtigungen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Tubenbelüftungsstörung hat, wo die Tube eher zu sehr zu ist und dann zuckt es im Gaumensägelbereich, dann merkt er das im Ohr gar nicht. Er merkt es eigentlich immer nur dann, wenn die Tube eh schon weit offen ist. Und da gäbe es eben die Möglichkeit, dass man die Tube okkludiert, also dass man die wie bei der klaffenden Tube verengt. Und dann hört natürlich diese Übertragung der Muskelzuckung ins Ohr auch auf. Deswegen ist das manchmal eine Option, dass man sagt, statt Botox macht man die Tube zu und damit verliert der Patient auch seine störenden Geräusche im Ohr.